Die TRW war ein amerikanischer Technologiekonzern in den USA. Das 1901 gegründete Unternehmen hörte 2002 auf zu existieren, indem der Luftfahrtbereich an Northrop Grumman ging. Während der Automobilbereich als TRW Automotive verkauft wurde – Geschichte 1875 begann Josef Lukas mit der Herstellung von Schiffslampen in Birmingham. 1897 begann Lukas Industries mit der Herstellung von Zulieferteilen für die Automobilbranche. 1931 gründeten Lukas Industries und Bosch die CRV Bosch-Gründer der Zirka-Wanderwell-LTD in Ecton, Großbritannien, Hersteller von Diesel-Einspritzsystemen. Im selben Jahre übernahm das Unternehmen das Bremsengeschäft der Bendix Corporation in England. 1939 übernahm Lukas Industries die Anteile Boschs an der CRV Bosch. 1943 folgte die Übernahme von New Hudson Co. Die Inhaberin des Gehrling-Bremsen-Patents verschmolz mit Bendix und Luftwachs-Stoßdämpfer zu Gehrling. Simon Ramo und Dean Woltrich gründeten 1953 der AMO-Woltrich Corporation. 1958 kam es zur Fusion von Thompson Products mit Ramo-Woltrich zu Thompson Ramo-Woltrich. Thompson Ramo-Woltrich wurde das erste Unternehmen, das ein Raumschiff baute, die Pioneery. 1965 erfolgte die Abkürzung des Firmennamens zu TRW Inc. TRW übernahm United Car und stieg damit in die Elektronik-, Elektromechanik- und Rückhaltesystembranche ein. Weiterhin erfolgte die Übernahme von Chemgears im Vereinigten Königreich. TRW entwickelte und lieferte das Abort-Guidance-System der Mondlandefähren der Apollo-Mission. TRW kaufte 1969 Credit Data und stieg damit in die Informationsindustrie ein. 1971 übernahm TRW Lehrenreich. 1972 führte TRW die erste Hilfskraftlenkung in den USA ein. TRW übernahm Reaper und stieg damit in das Geschäft mit Insassenrückhaltesystemen ein. Das von TRW gebaute Viking Biology Instrument suchte 1976 nach Leben auf dem Mars. TRW fusionierte 1977 mit der ESL Inc. Die von TRW gebaute Pioneer 10 war ein 1983 DK Sekunden erste von Menschen gebaut Objekt, das das Sonnensystem verließ. Der erste von TRW gebaute Satellit zur Nachrichtenübermittlung startete 1983 mit STS-6 von dem Space Shuttle Challenger. TRW produzierte 1989 den VHS-IC Superchip, die erste, sich selbst reparierende elektronische Komponente. Eine Auslieferung des ersten Airbag-Systems inklusive Sensoren erfolgte durch TRW. 1995 machte TRW erstmals in ihrer Geschichte einen Umsatz von mehr als 10 Milliarden US-Dollar. TRW produzierte weiterhin ein 1996 DK Sekunden erste Einzelsensorsystem für Front-Seiten- und Heckaufprall und stieß im selben Jahre das Geschäft mit Informationssystemen ab. Lucas Industrieso und Veritai fusionierten zu Lucas Variti. Das Rating-Geschäft wurde 1996 zu Experien abgespalten. TRW übernahm 1997 die Sparte Airbag- und Lenkrad-Systeme von Magna International sowie BDM International und die Thermik Bayern Chemie Airbag in Aschau, Amin. Diese wurden zur TRW Airbag-Systems und brachten den Einstieg in den Bereich der Insassenschutzsysteme. TRW war 1998 der erste Automobilzulieferer, der ein komplettes Insassen-Rückhaltesystem für ein Serienfahrzeug der Mercedes-Benz im Klasse. Konstruierte, entwickelte und integrierte TRW lieferte den ersten zweistufigen Generator für Airbags. 1999 übernahm TRW den Automobilzulieferer Lucas Variti. TRW verkaufte 2001 die Kasekunden-Immobiliengeschäft, welches mit TSL übernommen wurde. TRW war ein US-amerikanisches Unternehmen, das hauptsächlich Rüstungsgüter herstellte, aber auch ein Zulieferer für die Automobilindustrie. Außerdem betrieb TRW eine Rating-Agentur. Am 12. Dezember 2002 kaufte Northrop Grumman die Rüstungssparte. Die Autoteile-Sparte war von da an als TRW Automotive eigenständiger Automobilzulieferer und Teil des US-amerikanischen Finanzinvestors Blackstone Group.